hallo und herzlich willkommen zu diesem live stream im android kurs mit eingeschaltetem mikrofon funktioniert das glaube ich gleich noch mal sehr viel besser ich hoffe sie können mich alle hören sehen und sind auch alle da wenn sie lust haben schreiben sie kurz was in den chat rein schreiben sie hallo und dann fangen wir auch gleich an ich habe heute wieder mit ihnen vor ein bisschen zu programmieren und wir schauen uns dabei die themen von dieser woche an bzw von der eigentlich nächsten woche gestern sind die lehrmaterialien veröffentlicht worden und es geht darum dass wir uns mit sensoren beschäftigen die mobile plattform sei es jetzt android aber natürlich genauso ios oder andere smartphone plattform vielleicht noch mal zu was etwas besonderer machen gegenüber klassischen desktop anwendungen dazu gleich auch noch mal ein bisschen mehr vorher wieder ganz kurz ein bisschen was organisatorisches oder informationen erstens noch mal der hinweis wenn sie lust haben an dieser studie von thema ichinger mitzumachen im discord steht alles dazu und es würde tim und mich ganz doll freuen und um was ich nicht glaube ihre motivation noch ein bisschen zu steigern also ich glaube nicht dass das notwendig ist aber wir würden unter allen teilnehmer teilnehmerinnen am ende auch zwei amazon gutscheine verlosen also wenn sie noch irgendeine motivation brauchen als nur dem dienst an der wissenschaft dann können sich ja noch mal überlegen ob sie an dieser studie teilnehmen möchten und wie gesagt neben versuchspersonenstunden gibt es am ende auch noch die chance auf einen amazon gutschein noch ein hinweis zu der studie sie müssen im rahmen dieser studie hauptsächlich ein plug-in testen und verwenden und das können sie eigentlich parallel zu diesem kurs machen also das ist auch so intendiert dass sie das nutzen während sie an den kursmaterialien arbeiten als von daher ist es jetzt auch kein so immenser zeitaufwand also wenn sie lust haben an dieser studie teilzunehmen gerne noch mal im discord auf den entsprechenden link klicken sich informieren und dann sich anmelden erste sache zweite sache ich habe es letztes mal schon gesagt es gibt eben ilias kurs mittlerweile so eine probeklausur die sie sich anschauen können ich weiß nicht ob sie da schon mal reingeschaut haben schreiben sie mal ganz kurz ja nein in den chat rein ob sie mal einen blick drauf geworfen haben auf diese probeklausur im ilias noch nicht schauen sie da mal rein probieren sie das mal aus das ist vom der form und vom inhalt so in etwa das was wahrscheinlich auch ende nächsten monat anstehen wird zwei hinweise noch mal dazu denken sie daran dass sie irgendwie überall angemeldet sind wenn sie hier irgendwelche prüfungen wahrnehmen möchten das ist vielleicht für die regensburger leute ein bisschen anders als für die anderen aber schauen sie nach dass sie überall angemeldet sind und wenn es da probleme gibt melden sie sich rechtzeitig bei uns die externen studenten und studentinnen die würde ich bitten sich dann rechtzeitig noch mal so einen account an der uni regensburg zu holen weil wir das im besten fall über das prüfungssystem der uni regensburg machen wenn das nicht funktioniert nutzen wir ilias als fallback aber im besten fall funktioniert das über das prüfungssystem der uni regensburg was technisch identisch ist zu dem was sie auch für die probeklausur verwendet haben also da das ist da kein problem dann umzusteigen dann noch ein organisatorischer hinweis irgendwann stehen ja auch diese projekte an und so ende diesen monats würden wir so ganz langsam gerne anfangen mit ihnen darüber zu sprechen und das erste was sie sich überlegen sollen ist mit wem sie denn eigentlich ein projekt in diesem kurs absolvieren möchten dazu zwei hinweise alles was es so organisatorisch und inhaltlich zu den projekten zu wissen gibt finden sie schon glaube ich seit der zweiten oder dritten kurswoche im ilias nächste frage haben sie da mal reingeschaut oder wissen sie dass es so ein handout gibt zu den projekten was man sich im ilias kurs schon anschauen kann ja wissen sie schon perfekt machen sie sich mal langsam gedanken was sie oder mit wem sie dann dieses projekt angehen möchten und wir werden im laufe der nächsten oder übernächsten woche sind dann auch in ilias die möglichkeit bereitstellen wie sie uns dann in der nächsten zeit mitteilen können mit wem sie das machen möchten der genaue zeitplan wann sie das tun müssen und wann dann die themen auch ausgesucht werden und wann es dann richtig losgeht das sehen sie dann in diesem handout im ilias kurs kann ich mich denn für die klausur anmelden sie müssen sich gute frage ich schaue selber noch mal nach also bevor ich jetzt irgendwas falsches sage und nicht irgendwie alle informationen im kopf habe wie genau das heißt schaue ich lieber selber noch mal nach und schreibe ihnen das dann im discord aber ich nehme mal an dass sie irgendwie angemeldet sein müssen weil es ist normalerweise so dass man immer wenn man irgendetwas machen möchte an der universität dann entsprechend auch angemeldet sein muss wie gesagt ich schaue das noch mal genau nach kann mir vorstellen dass nur so als kleiner hinweis dass die klausuranmeldung vielleicht im moment noch nicht freigeschaltet ist aber noch mal der hinweis ich sage jetzt lieber nichts falsches und schaue selber noch mal nach und schreibe ihnen dann im discord beziehungsweise im ilias noch mal über das forum ok das so als organisatorische hinweise dann wollen wir uns heute mit sensoren beschäftigen und wir wollen uns damit auseinandersetzen wie wir auf kontextinformationen zugreifen in unserem android gerät oder auf unserem android gerät die wir nutzen können um sehr interessante anwendungskonzepte umzusetzen bestehende anwendungskonzepte zu verbessern und allgemein dinge zu tun die man vielleicht auf anderen plattformen auf dem desktop oder so nicht in dieser form realisieren kann ich habe keine extra folien oder keine vorlesung vorbereitet haben sich ein bisschen über die lernmaterialien darüber informieren können aber ich würde zumindestens mal anhand von dem beispiel was wir uns heute anschauen werden vielleicht mal ganz kurz versuchen so zusammenzufassen wenn sie mir auf diese paar übersichts folien folgen zusammenzufassen warum das jetzt vielleicht gerade eine stelle im kurs ist die auf den ersten blick auch wieder nur sehr technisch ausschaut wir lernen irgendwie neue features von android kennen die aber wenn sie das ist mal aus der perspektive vielleicht tatsächlich von einem softwareentwickler einer softwareentwicklerin vielleicht auch von der produktentwicklerin anschauen nochmal mit ein bisschen mehr aufmerksamkeit anzuschauen ist weil das was wir jetzt machen auf diese verschiedenen sensoren die in so einem smartphone eingebaut sind und die uns informationen liefern über die umgebung über die nutzer und nutzerinnen dass das ist was was wir wenn wir uns mal überlegen für welche anderen plattformen wir möglicherweise klassische software entwickelt haben so bis jetzt möglicherweise noch nicht durchführen konnten also wenn sie klassisch irgendwie java software für den desktop geschrieben haben dann gibt es bestimmt irgendwelche möglichkeiten auf den standort des desktop geräts zuzugreifen der wird sich aber sicherlich nicht ändern also irgendwie navigations anweisungen von einem fixen standort zu aktualisieren ist wahrscheinlich keine so tolle idee wahrscheinlich gibt es irgendwie die möglichkeit über irgendwelche an dem serial 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 port angeschlossenen temperaturfühler auf irgendwelche umgebungswerte zuzugreifen aber das ist alles nicht etwas von dem sie ausgehen können dass das in allen geräten auf denen ihre software läuft ausgeführt wird anders bei mobilen plattformen wenn sie so ein smartphone haben dann können sie davon ausgehen dass sie über die dass sie über eine gewisse menge an sensoren mit hoher wahrscheinlichkeit verfügen das heißt sie können apps entwickeln und sich dabei relativ sicher sein dass sie sehr viele informationen über den kontext über die situation in dem das gerät verwendet wird oder die app verwendet wird auslesen können sie können feststellen wo die person die ihres ihr smartphone oder ihre app gerade benutzt sich gerade befindet also tatsächlich die genaue position vorausgesetzt sie haben die entsprechenden berechtigungen eingeholt auf der erde feststellen sie können feststellen ob diese person das smartphone gerade ruhig hält oder hin und her bewegt sie können feststellen ob es in der umgebung vielleicht dunkel ist oder hell ist sie können feststellen ob weiß ich gar nicht was man sonst noch so feststellen kann temperatursensoren sind im anderen in manchen android geräten eingebaut also sie haben informationen oder sie haben die möglichkeit auf informationen zuzugreifen die über diesen software kontext ihrer anwendung hinausgehen und das ist was auch wenn das in der theorie in ganz vielen anderen umgebungen und plattform auch zugänglich ist etwas was nur in mobilen plattformen nur auf smartphones wirklich in dieser breite und in dieser einfachheit zugänglich ist und das wiederum sorgt dafür dass wir auf diesen smartphones anwendungskonzepte umsetzen können die durch den zugriff auf diese sensoren den stellenwert von diesen smartphones oder von dieser von smartphones als anwendungsplattform noch mal sehr stark erhöhen weil die woanders nicht funktionieren würden also was wir zum beispiel heute machen ist wir entwickeln wie sie hier sehen so eine kompass app was machen wir dazu wir greifen auf den beschleunigungssensor und den magnetfeld sensor zu das sind die beiden sensoren die man aktuell in android einsetzt um die orientierung vom gerät hinsichtlich nord süd ost west zu bestimmen orientierungssensor gab es früher mal kombiniert es funktioniert aber nicht mehr so toll deshalb diese beiden sensoren beschleunigungssensor und magnetfeld sensor mit dem sie feststellen können in welche richtung nord ost süd west hält ihr nutzer hält ihre nutzerin das gerät damit werden wir so eine kompass nadel bewegen dann werden wir noch was machen wir werden nämlich versuchen festzustellen wo sich der nutzer die nutzerin gerade befindet also wir werden die location auslesen die gps location wenn sie so möchten und wir werden von diesem standort aus zu einem fest definierten ziel das ist die kugel am campus von regensburg für die zumindestens regensburger studierenden weiß ich nicht ob sie jetzt in corona zeiten das schon mal gesehen haben aber ich hoffe doch sie waren jetzt mindestens einmal irgendwie auf dem campus und wir werden zwischen diesen beiden orten die richtung bestimmen und dann mit dieser zusätzlichen information eine zweite kompass nadel nämlich dieses kleine r was sie da sehen drehen und ja wahrscheinlich gibt es irgendwie möglichkeiten auch eine java desktop anwendung zu generieren oder irgendwie eine c sharp desktop anwendung oder eine anwendung für den browser zu entwickeln die jetzt nicht speziell für mobile plattform nur ausgelegt ist mit denen sie auch theoretisch an diese informationen kommen also standort feststellen vielleicht ja orientierung von einem desktop rechner ist wahrscheinlich schon was was ein bisschen problematisch ist bei einem laptop geht es vielleicht da gibt es auch tatsächlich modelle wo zumindestens beschleunigungssensoren und manchmal sogar so ein magnetfeld sein so eingebaut sind aber ich hoffe sie stimmen mir zu wenn sie wenn ich sage dass diese kombination aus der verfügbarkeit von diesen sensoren dem leichten zugriff auf die über feste frameworks und vor allem auch die tatsache dass die verwendung von diesen sensoren in diesen geräten sinn ergibt für die mobilen plattformen eben tatsächlich einzigartig sind also die tatsache dass ich so ein magnetfeld sensor dann beschleunigungssensor habe der macht sehr viel sinn oder ergibt sehr viel sinn wenn ich ein gerät habe was sich hin und her bewegen kann also beschleunigungssensor in irgendwie einem super computer oder einem server macht vielleicht auch sinn weil dann kriegen sie mit wenn der umfeld aber irgendwie um ein spiel zu steuern zum beispiel oder um jetzt wie hier sowas wie navigations anweisungen durch einen ständigen check von dem aktuellen standort zu realisieren das funktioniert sonst nicht also lange räder kurzer sind smartphones sind toll unter anderem deshalb weil wir auf diese sensoren zugreifen können und für uns wir sind immer mit diesem blick der software entwickler und entwicklerin ausgestattet öffnen sich dafür oder öffnen sich dadurch dann nochmal ganz neue perspektiven und ganz neue anwendungsmöglichkeiten die wir mal umsetzen können was wir heute machen eben diese kompass app wir bestimmen die ausrichtung des geräts welche richtung zeigt die obere kante des geräts damit drehen wir dann den entsprechenden kompass und wir bestimmen die aktuelle position der nutzer nutzerinnen wissen oder kennen ein bestimmtes ziel nämlich die kugel am campus von regensburg und wir bestimmen zwischen den beiden dann die richtung in die man sich bewegen muss um entsprechend sich ja dahin zu bewegen oder zu dieser kugel zu finden werden uns dabei natürlich anschauen wie wir auf sensoren zugreifen wir werden speziell noch mal uns dann anschauen müssen wie wir auf den standort zugreifen das unterscheidet sich so ein bisschen in dem vorgehen von dem was wir bei dem beschleunigungssensor und dem magnetfeldsensor haben und wir werden uns in diesem letzten oder für diesen letzten teil bezüglich der location auch noch mal mit permission und jetzt sogar noch mal mit etwas komplizierteren permissions auseinandersetzen das user interface von der app das ist größtenteils vorgegeben und es ist auch gar nicht so kompliziert ich habe zwei grafiken vorbereitet das eine ist diese kompass nadel also alles bis auf dieser kleine blaue kreis und den pfeil und das liegt im layout in einem image view darüber liegt ein zweites image view also deckungsgleich sind auch genau gleich groß mit dieser regensburg kompass nadel und wir können beide image views unabhängig voneinander rotieren über um die eigene achse also um das zentrum und indem wir aus den sensordaten dann entsprechend eine grad angabe berechnen können wir dann diese kompass nabel kompass nadel entsprechend positionieren also das ist irgendwie die idee wir bauen uns diesen kompass wir greifen auf die sensoren zu wir haben diese beiden image views mit dem wir dann die sensordaten am ende auch im user interface aktualisieren können dazu müssen wir zwei sachen machen wir müssen auf der einen seite diese himmelsrichtung bestimmen das heißt feststellen wie ist das gerät in der realen welt ausgerichtet und auf der anderen seite für diese navigation den winkel zwischen zwei punkten ganz konkret zwischen unserem aktuellen standort und eben dieser kugel an der uni regensburg feststellen kurze frage wer von ihnen weiß nicht von was ich rede wenn ich immer von der kugel am campus rede irgendjemand dabei schreiben sie einfach mal in den chat rein wenn es jetzt irgendwie böhmische dörfer für sie sind hier ok am uni campus vor dem audi max steht eine große metallkugel ein kunstwerk und das ist der mittelpunkt vom vom campus und das ist ein begriff ein ort den hoffentlich sie dann auch falls sie regensburger studierende sind irgendwann kennenlernen und schätzen lernen wenn sie dann endlich mal auch am campus sich länger aufhalten also vielleicht kann das das erste sein wenn sie dann irgendwann mal auf dem campus vorbeischauen wo sie hinschauen große metaller eine kugel immer ein ganz guter treffpunkt wenn man sich irgendwie verabredet zentral zwischen audi max mensa und bibliothek und verwaltung und ja es ist eine große kugel und wenn sie dahin finden möchten und den weg noch nicht kennen dann können sie diese app benutzen die wir heute bauen weil die zeigt ihnen immer den weg dahin also navigation und himmelsrichtung müssen wir bestimmen und was wir dafür brauchen sind bestimmte sensoren wir brauchen habe ich gerade schon gesagt für diese himmelsrichtung den beschleunigung sensor und das magnetometer oder den magnetfeld sensor warum brauche ich diese beiden sachen es gab mal so einen orientierung sensor mit dem man das ein bisschen leichter hätte theoretisch er berechnen können diese diese ausrichtung des geräts in der realen welt der ist aber deprecated beziehungsweise wird schon gar nicht mehr wirklich unterstützt oder wird gar nicht mehr unterstützt also nicht nur deprecated sondern ist entfernt worden und die aktuelle herangehensweise ist es diese beiden sensoren zu verwenden und dann in der kombination der werte die die liefern die entsprechende lage des geräts zu berechnen für die navigation brauchen wir nur einen sensor nämlich einen location provider oder fused location provider das ist der konkrete den wir da verwenden werden von den google apis und der spuckt uns wenn wir das richtige einstellen immer wenn die wenn das smartphone sich bewegt eine neue position aus also für die himmelsrichtung zwei sensoren für die navigation nur den location provider da müssen wir das ganze ein bisschen berechnen also wir kriegen irgendwelche sensor werte raus bei den beschleunigungssensor und dem magnetometer sind das hat irgendwelche messwerte irgendwelche zahlen bei dem location provider ist es schon ein objekt nämlich eine location in der wir dann unter anderem die längen und breiten gerade finden von der aktuellen position und damit müssen wir dann bevor wir irgendwie was in dem user interface einstellen können noch ein bisschen was tun wir müssen für die himmelsrichtung so eine rotationsmatrix bestimmen und orientierung bestimmen das sind sachen die kompliziert klingen die man aber zum großen teil über api methoden erledigen kann und wir kriegen dann am ende diese ausrichtung unter anderem des geräts also der oberen kante hinsichtlich der himmelsrichtung raus das wird im bogenmaß angegeben und wir müssen das dann noch im grad in grad umrechnen damit wir dann unseren kompass im user interface drehen können also die aktualisierung durchführen beim location provider kriegen wir eine location zurück wir stellen selber eine location nämlich unser ziel api application programming interface das ist ein begriff der für ganz viele steht aber meistens heißt es einfach der öffentliche teil von irgendwie eine eine gruppe von klassen oder methoden die eine bestimmte funktion bereitstellen für andere entwickler und entwicklerinnen also wenn sie zum beispiel das android framework benutzen dann bauen sie apps und ein gewisser teil ist von ihnen und ganz viele sachen sind ja vorgegeben find you by die die activity klassen und so weiter und die würden in diesem sinne die api die android api bilden mit der sie programmatisch in ihrem code diese funktion nutzen können also hinter find you by id das wäre eine api methode damit greifen sie auf eine bestimmte funktion im android framework zu und dahinter steckt noch viel mehr also da hat irgendjemand implementiert was passieren muss damit sie aus dem aktuell gesetzten layout genau das view mit der entsprechenden id nicht nur finden sondern auch in form von einem java objekt zurückgeben also api interface in ein vorgegebenen code hinein aber kann auch leicht anders irgendwie interpretiert werden aber das ist so der die wahrscheinlich abstrakteste zusammenfassung so eine api können wir nutzen um dann auch diese peilung zu bestimmen wir wir kriegen eine neue location wenn sich die person bewegt wir wissen wo wir hin wollen aus daraus können wir eine location erstellen und dann ist es eine api methode die wir aufrufen eine objekt methode mit der wir dann die peilung biering zwischen diesen beiden orten in grad zurückbekommen und dann können wir das user interface aktualisieren wenn sie sich das jetzt anschauen also das sind so die beiden sachen die wir erledigen müssen die können wir tatsächlich auch unabhängig voneinander implementieren werden wir auch tun welche von diesen beiden sachen wirkt jetzt auf sie leichter also wenn sie sich jetzt mal anschauen welche sensoren brauchen wir was müssen wir berechnen welche von diesen beiden ebenen scheint einfacher zu sein schreiben sie gerne was in den chat rein was so irgendwie ihr erster ansatz wäre ihre erste vorstellung location provider wird gesagt klingt irgendwie einfacher winkel berechnen sonst noch irgendwelche ideen oder vorschläge himmels richtung könnte einfacher sein sind sich nicht so eins ganz man sich jetzt nur das anschaut was auf den folien steht ja der location provider klingt irgendwie einfacher und so vom konzept her ist das auch viel einfacher weil ich kriege einen standort und ich kenne einen anderen standort und dann kriege ich einen winkel zwischen den beiden angezeigt oder eine peilung bei diesen bei der himmels richtung muss ich mich irgendwie mit rotations matrixen und bogen maß und irgendwelchen anderen sachen rumplagen und wenn es nur so wäre wie er auf den folien steht dann wäre dieser teil mit der navigation sehr sehr leicht umzusetzen tatsächlich ist es ein bisschen komplizierter nicht weil diese berechnung kompliziert ist also alles was in dem moment wo wir einen sensor wert vom location provider bekommen passiert ist sehr viel einfacher als das was wir machen müssen wenn wir die sensorwerte von beschleunigungssensoren magnetometer die wir auch ein bisschen synchronisieren müssen verarbeiten aber um auf die location zuzugreifen müssen wir die erlaubnis der nutzer nutzerin haben und das ist nochmal ein extra fast was wir aufmachen müssen weil das nämlich gar nicht so einfach ist wie es sich anhört es reicht ja dann nicht mehr dass wir eben manifest eine entsprechende permission anfragen sondern wir müssen in unserer app sehr explizit die nutzer nutzerinnen darauf aufmerksam machen dass wir ein bestimmte vor ein bestimmtes feature in dem fall den standort nutzen wollen und wir müssen dann auch wieder über eine api die erlaubnis einholen von den nutzern und nutzerinnen über den entsprechenden dialog und müssen in unserer anwendung die beiden fälle verarbeiten dass uns die nutzer nutzerinnen diese erlaubnis geben dann können wir diese navigations funktion nutzen oder dass sie uns die erlaubnis eben nicht gegeben haben und dann müssen wir die app so initialisieren oder so verwenden dass diese funktion die jetzt nicht möglich ist weil wir die permission nicht haben entsprechend nicht genutzt werden kann also eigentlich location provider ein bisschen einfacher aber dadurch dass davor geschaltet diese permission noch eingeholt werden kann wird es ein bisschen schwieriger und deshalb fangen wir auch an mit dieser himmelsrichtung und und ich bereite mal ganz kurz meinen bildschirm hier wieder vor sie können jetzt mitmachen wenn sie direkt wollen starter paket habe ich oben gepostet ich kann das auch noch mal schnell posten und während ich umbaue können sie ja vielleicht auch umbauen ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen umbauen weil ich ihnen heute die sachen gerne auf einem physikalischen gerät zeigen wollen würde denn kurz zum zum testen von solchen anwendungen auf emulator oder auf einem physikalischen gerät das funktioniert alles auch auf einem emulator das ist kein problem ich kann diese veränderungen der umwelt also die position des smartphones ich kann sogar die die location auf der welt durch den emulator und die erweiterten kontrollflächen ohne probleme ohne probleme simulieren oder emulieren das problem ist nur das erstens das ein bisschen schwierig wird anzuzeigen weil der emulator jetzt nicht mehr in android studio integriert sein kann weil ich dann nicht an auf diese entsprechenden zusatzfeatures zugreifen kann das heißt mein monitor setup kommt an seine grenzen um ihn das sauber zu zeigen und er das zweite ist das auch vielleicht ist ein bisschen schöner ist bei diesen sachen dann direkt zu sehen wie die interaktion mit dem physikalischen gerät dann auch entsprechend die ja die die reaktion im user interface mit sich bringt deshalb zeige ich ihnen das heute auf dem physikalischen gerät ich schaue mal ob das jetzt so funktioniert wie ich mir das vorstelle ich wechsle jetzt mal die kamera und ich hoffe dass das funktioniert und wenn sie mich nicht mehr hören oder gar nichts mehr sehen schreiben sie in den chat aber ich glaube sie sollten mich sehen sie sollten mein smartphone sehen und sie sollten ganz viel staub auf meinem mousepad sehen können sie es bestätigen dass sie ein smartphone sehen ja ich sehe es ja selber in der stream vorschau klappt das ist die app die wir heute implementieren wollen und sie sehen schon der kompass bewegt sich so ein bisschen wenn ich meine wenn ich mein smartphone bewege dann sehen sie dass die kompass nadel sich neu ausrichtet das stimmt auch ungefähr also in diese richtung ist auch ungefähr ungefähr norden die navigations angaben nach regensburg beziehungsweise zur kugel die funktioniert leider nicht so ganz das liegt daran dass ich hier an meinem schreibtisch nicht so wirklich gps empfangen habe und wir uns in der implementierung komplett auf die gps location verlassen und keine anderen provider wie irgendwie das mobile netzwerk oder sowas nutzen sei es ich kann ihnen jetzt hier nicht so ganz zeigen wie sich auch die location verändert außer mein smartphone findet dann doch noch mal hier so ein gps signal aber so ungefähr in dieser richtung sollte auch die kugel sein also das ist die app die wir uns heute versuchen herzuleiten beziehungsweise zu implementieren und wenn sie möchten können sie über das starter paket auch direkt anfangen ich habe in dem starter paket in der activity nichts vorgegeben das heißt wir werden jetzt und schritt für schritt die entsprechenden code strukturen selber implementieren ich habe hier nur schon mal die koordinaten hinterlegt für die kugel also das sind die breiten und die längen gerade von dieser uni kugel zu der wir immerhin navigieren wollen und das liegt nur deshalb da damit das jetzt ein bisschen einfacher wird und wenn das nicht uns irgendwie aus google maps immer raussuchen müssen also das sind die koordinaten von unserem ziel ansonsten haben wir ein layout für unsere activity vorgegeben da sind diese beiden image views drin übereinander gelegt die wir dann drehen wollen die sind teil von so einem frame layout frame layout ist was was man in ganz wenigen fällen nur verwenden soll oder zumindest niemals eigentlich verwenden sollte wenn man zwei elemente da rein packt weil es eigentlich einen anderen zweck hat aber für diesen einen anwendungsfall eignet sich das relativ gut weil wir die elemente da ganz einfach übereinander legen können und wir uns da nicht gedanken darüber machen müssen wie wir die sonst irgendwie deckungsgleich übereinander positionieren deshalb dieses frame layout und die grafiken selber das noch als letzter hinweis das sind svg dateien ursprünglich gewesen die ich in einem externen programm vorbereitet habe haben vielleicht auch ein hinweis wenn sie dann mal in die projektarbeit einsteigen und sie können wenn sie mit irgendwie einem vector grafikprogramm illustrator oder inkscape oder sowas grafiken erstellt haben im svg format können sie die importieren und android studio macht dann automatisch diese xml daraus die mehr oder weniger dem svg syntax folgt und dann können sie die an allen stellen verwenden an denen sie grafiken in ihrer anwendung brauchen also sie können svgs oder vector grafiken in android studio importieren und dann formt android studio das dann daraus kleiner hinweis noch es wird nicht alles unterstützt was so im svg standard unterstützt wird und wenn es irgendwelche probleme in der darstellung gibt dann versuchen sie mal bevor sie die svg datei importieren in android studio wirklich alle objekte als separate fade aufzuteilen das hilft dann meistens dass das irgendwie alles gut dargestellt wird also das noch als hinweis wie sie dann zum beispiel so vektor grafiken in android studio und damit in ihre app hinein bekommen was ich jetzt machen möchte ist ich möchte damit anfangen dass ich mir die entsprechenden sensor werte hole um jetzt erstmal die orientierung von von diesem gerät von diesem kompass hinsichtlich der himmelsrichtung zu zu aktualisieren also ich beschäftige mich jetzt erstmal mit der himmelsrichtung navigation kommt dann später weil noch mal der hinweis navigation ist noch mal ein extra fast mit diesen ganzen permissions und das machen wir dann im anschluss erste sache die wir machen ist wir separieren wieder ein bisschen die funktionalität in unserer anwendung und ich werde jetzt nicht anfangen innerhalb der activity auf auf um diese sensor darin zuzugreifen sondern mein plan ist es dass ich eine klasse schreibe um orientation provider zum beispiel die genau eine funktion hat die liefert nämlich an andere um klassen oder andere komponenten meiner anwendung diese aktuelle ausrichtung des geräts das heißt wir abstrahieren greifen in dieser klasse auf die sensorwerte zu berechnen die um oder verrechnen die so dass wir diese ausrichtung diesen einen wert eine gradangabe herausbekommen und mit dieser gradangabe dann rausgehen aus dieser klasse und an anderen stelle die verwenden zum beispiel in unserer main activity um dort dann diesen kompass zu drehen also das ist jetzt unsere erste aufgabe alles was mit den sensoren zu tun hat für die orientierung für die himmelsrichtung in einer klasse durchzuführen dort dann auch die berechnung stattfinden zu lassen und dann entsprechend diese information nach außen zu geben um in unserer anwendung das zu verwenden das sind jetzt teile auch die sie in der aktuellen übungsaufgabe sehr ähnlich machen werden werden einige sachen relativ also wir werden relativ schnell anfangen dinge anders zu machen weil wir andere messwerte brauchen aber so den beginn der ist relativ deckungsgleich zu dem was auch in der übungsaufgabe ansteht und ich fange jetzt mal damit an dass ich neues package aufmache sensors da kommt alles rein was mit sensoren zu tun hat und da kommt unter anderem rein meine neue klasse und ich habe schon angekündigt ich würde jetzt gerne orientation provider nennen weil das ist der die komponente meiner anwendung der diese orientierung in grad des gerätes für andere bereitstellt provider ist vielleicht hier nicht der beste begriff weil der provider begriff in android ja auch an anderer stelle benutzt wird also es gibt bestimmte vorgefertigte api komponenten oder funktionalitäten die mit diesem provider begriff gekennzeichnet werden aber ich glaube das ist hier in ordnung also ich glaube dass dieser name am besten ausdrückt was wir tatsächlich wollen damit wir auf irgendwelche sensoren im gerät zugreifen können brauchen wir zugriff auf den sensor manager also wir brauchen eine instanz von der klasse sensor manager das ist die komponente die api komponente die diesen zugriff auf diese ganzen sensoren die android ihn bereitstellt kapselt und organisiert und die braucht dieser orientation provider um seine aufgabe zu erfüllen und an diesen sensor manager kommen sie aber nur auf der ebene einer activity oder über den kontext einer activity und jetzt haben wir zwei möglichkeiten wenn wir in dieser orientation provider klasse so einen sensor manager brauchen wir können entweder dem orientation provider die möglichkeit geben in sich selbst also auf eben dieser klasse diesen sensor manager zu erhalten oder anzufordern indem wir ihm diesen kontext von der activity mit geben oder wir übergeben jedem orientation provider gleich einen sensor manager der wir auf der den wir auf der ebene höher also auf der activity erstellt haben und geben dann diese abhängigkeit die hier existiert orientation provider braucht einen sensor manager in diesen provider rein schon als fertiges objekt was dann von dem provider noch genutzt werden soll also zwei möglichkeiten möglichkeit 1 wir übergeben dem orientation provider alles was er braucht um sich selber den sensor manager zu beschaffen oder möglichkeit 2 wir übergeben dem orientation provider gleich den fertigen sensor manager was ist ihnen lieber eins oder zwei es wird gerade gesagt ich finde den kontext übergeben sinnvoller gibt es gegen meinung oder zustimmung also ich würde jetzt tatsächlich an der stelle er dafür argumentieren nur diesen sensor manager zu übergeben haben weil wir den kontext im moment zumindest noch nicht brauchen also wir brauchen diesen kontext in dem orientation provider nicht und der beinhaltet mehr als nur den sensor manager das heißt wir würden diesem orientation provider mehr informationen und mehr möglichkeiten geben als er tatsächlich braucht und wir würden je nachdem wie dieser kontext gestaltet ist und was der vielleicht auch für möglichkeiten anbietet also eine zweite stelle in unsere app aufmachen in der theoretisch dinge passieren können die eigentlich nur in der activity passieren können und damit ist auch der raum für fehler größer also wenn sie so eine abhängigkeit haben die eine klasse braucht dann überlegen sie sich beim design von ihrem code ob es irgendwie eine möglichkeit gibt diese diese abhängigkeit wirklich als genau das nämlich als nur diesen teil der wirklich benötigt wird in diese klasse rein zu bekommen wenn das nicht funktioniert kann ja sein dass vielleicht auch dieser umschließende kontext benötigt wird das kennen wir aus anderen fällen denken sie an diese ganzen datenbank sachen da haben wir das häufig gemacht weil wir die nicht auf der activity eben erstellen wollten da hat dann die entsprechend ausführende komponente diesen diese abhängigkeit bekommen hier können wir aber zumindest mal am anfang versuchen das ein bisschen zu reduzieren und deshalb würde ich jetzt vorschlagen folgendes wir nehmen in unserem konstruktor genau ein parameter schon mal auf nämlich den sensor manager und den übergeben wir hier drin und wenn wir den übergeben bekommen dann können wir uns den auch merken in einer instanz variabel sensor manager sensor manager und speichern das da rein und da sich der nicht ändern wird können wir diese variabel dann auch als feine deklarieren ok jetzt haben wir den sensor manager und auch wenn wir jetzt noch nicht genau wissen wie die api dahinter ist kann ich ihnen schon mal sagen wir können damit jetzt auf die entsprechenden sensoren zugreifen und das konzept was wir jetzt umsetzen ist folgendes wir greifen wir suchen uns den sensor raus der uns interessiert das ist in unserem fall wenn sie sich erinnern der beschleunigung sensor und der magnetfeld sensor und wir registrieren auf beiden dieser sensoren einen listener der diesen orientation provider informiert wenn die daten die dieser sensor liest sich geändert haben also wir fordern von bestimmten sensoren aktualisierte oder updates an wenn sich deren messwerte ändern und das könnten wir jetzt zum beispiel so machen ich schreibe jetzt mal kurz ein bisschen code den wir gleich wieder raus löschen werden das nur so als ankündigung also nicht mit tippen wenn sie sich arbeit sparen wollen das funktioniert ungefähr so wir suchen uns den sensor raus der uns interessiert also zum beispiel sowas wir legen eine neue variabel an vom typen sensor und wir lesen aus dem sensor manager einen sensor aus nämlich den standard sensor den das betriebssystem für einen bestimmten typ von wert anbietet und die sind bezeichnet oder werden bezeichnet über solche konstanten die sie in der sensor klasse finden und da kann man zum beispiel auf diesen beschleunigung sensor zugreifen also ich hole mir aus dem sensor manager den standard sensor des systems für beschleunigungswerte und speicher den in dieser variabel und dann kann ich sagen nimm bitte den sensor manager und registriere einen listener nämlich einen sensor event listener den ich jetzt mal direkt hier als innere klasse auch das werden wir gleich raus löschen und sage um welchen sensor es geht also welchen sensor möchte ich für welchen sensor möchte ich diesen listener gerne haben das ist in unserem fall der beschleunigung sensor und wir sagen jetzt in welchem intervall wir diese werte bekommen wollen das ist ein ganz wichtiger punkt jetzt sie sagen nicht mehr nur ich interessiere mich für updates von irgendjemandem so wie wir das bis jetzt immer bei diesen listeners gemacht haben und wir sind immer davon ausgegangen immer wenn sich irgendwas in dem observable ändert kriegt der observer auch eine meldung bei diesen sensoren können sie diesen zeitpunkt oder die rate mit der sie mit der sie auf diese werte zugreifen oder mit der sie informiert werden möchten das neue änderungen eingehen anpassen sie können zum beispiel sagen ich würde gerne auch das findet sich als konstanten in einer der api klassen nämlich in dem sensor manager ich würde gerne so schnell wie möglich darüber informiert werden dass wir über dass ich würde gerne so schnell wie möglich über alle änderungen an diesem beschleunigung sensor informiert werden und das ganze passiert in zwei schritten das eine ist was sie sich wünschen und das andere ist was sie maximal verarbeiten können also ich hätte gerne so schnell wie möglich aktualisierung von diesem beschleunigung sensor und ich sichere auch irgendwie mehr oder weniger zu dass ich das in dieser geschwindigkeit verarbeiten kann und was jetzt das android system macht ist es registriert diese anforderungen die sie hier gestellt haben also sagt okay du gibst mir einen listener der möchte informiert werden über änderungen an den daten vom beschleunigung sensor und du wünschst dir dass das so schnell wie möglich geht und ich schaue jetzt mal also wenn ich das irgendwie hinkriege mache ich das aber das ist kein versprechen also das hier ist nicht irgendwie eine eins zu eins beziehung hier hinter steht irgendwie nicht eine ein bestimmtes delay von irgendwie einer millisekunde oder so und sie kriegen das dann auch immer so sondern sie sagen einfach nur sie würden das gerne so schnell wie möglich haben und das android betriebssystem versucht das dann zu erfüllen da sind aber ganz ganz viele dinge im hintergrund die eine rolle spielen also vielleicht irgendwie energiesparmodus vielleicht tatsächlich auch die das intervall von dem tatsächlichen hardware sensor der vielleicht nicht so schnell liefern kann wie das android betriebssystem das irgendwie verspricht und das führt alles dazu dass das hier an dieser stelle nur ein wunsch ist also eine empfehlung die sie beim registrieren von diesem listener geben und das android betriebssystem ist aber letztendlich dann dafür verantwortlich zu entscheiden wie schnell sie diese daten bekommen es gibt offensichtlich unterschiedliche geschwindigkeiten also sonst müsste man das hier nicht angeben und können sie sich vorstellen warum das sinnvoll ist also warum wollen wir nicht immer einfach die meisten und die schnellsten updates für zum beispiel diesen beschleunigungs sensor haben also warum entscheiden wir uns oder können wir uns theoretisch für ein langsameres update entscheiden irgendeine idee warum das sinnvoll sein könnte stromsparen rechenleistung also beides hat ja irgendwie was damit zu tun also es ist einfach ressourcen die man möglicherweise sparen möchte jedes jedes event was eingeht müssten sie dann ja theoretisch verarbeiten der sensor muss vielleicht mehr arbeiten das android betriebssystem mehr arbeiten und das sind alles gute gründe um wenn man diese werte nicht in diesem hohen und schnellen intervall braucht die dann auch entsprechend nicht so anzufordern können sie oder können sie sich vorstellen wo vielleicht können sie zwei schlagworte nennen als anwendungsfälle wo vielleicht der unterschied deutlich wird dass man manchmal auch mit sehr geringer update geschwindigkeit was zum beispiel so diesen beschleunigung sensor jetzt angeht leben könnte also offensichtlich hat das ja irgendeinen grund wir haben jetzt gesehen performance und ressourcen sind irgendwie einen punkt warum oder sind auswirkungen von möglicherweise einem zu hohen intervall wenn wir dementsprechend das dann steuern können dann muss es irgendwie unterschiedliche anforderungen geben weil sonst müssten wir halt damit leben dass wir diese ressourcen vergeuden also es muss offensichtlich so sein dass es unterschiedliche bedürfnisse gibt was apps angeht und dementsprechend kann man ganz kurz überlegen was das denn so sein könnte also haben sie irgendeine idee für eine app die vielleicht den beschleunigung sensor braucht aber mit sehr geringen updates arbeiten kann oder vielleicht eine andere app die den beschleunigung sensor brauchen könnte aber die wirklich jedes jedes update tatsächlich braucht also insgesamt navigation ist vielleicht ein gutes beispiel das ist vielleicht so einen mittelwert also wenn ich irgendwas im rahmen der navigation mit dem beschleunigung sensor machen möchte dann brauche ich vielleicht nicht jedes update aber ich brauche in einem gewissen intervall die updates weil leute sich auch nur mit einer bestimmten geschwindigkeit bewegen können wenn ich für vielleicht mit dem beschleunigung sensor mein user interface steuern möchte also ich habe zum beispiel ein spiel in dem ich meine spielfigur durch das kippen und bewegen vom bildschirm steuere dann brauche ich vielleicht ein bisschen schnellere update raten weil sonst das ganze nicht funktioniert wenn das zu langsam bei mir eingeht und wenn ich vielleicht eine anwendung habe die nur erkennen soll ob das handy gerade irgendwie runter fällt weil es dann schreien soll um die leute aufmerksam zu machen dann reicht mir vielleicht irgendwie dass ich das nach irgendwie einer halben sekunde oder so bekomme oder es ist ein bild ist ein blödes beispiel vielleicht eher eine app die er merkt wenn ich irgendwie mein handy umgedreht habe oder so da reicht dann vielleicht eine geringere geschwindigkeit also das sind die beiden möglichkeiten oder das sind gründe dafür warum wir uns für so unterschiedliche update intervalle entscheiden können und das machen wir hier über diese beiden parameter habe ich schon gesagt dass ich das gleich wieder raus löschen werde und zwar lösche ich das deshalb raus weil es immer dann wenn sie mit solchen sensoren umgehen ganz sinnvoll ist dass sie in ihrer anwendung das starten von diesem lauschen auf die sensorwerte und das pausieren von diesem zugriff auf die sensoren klar voneinander trennen oder dass sie das klar kennzeichnen also dass sie in ihrer anwendung die möglichkeit haben die jetzt in unserem fall aktivität von diesem orientation provider bei bedarf einzuschalten wenn sie diese sensordaten brauchen und bei bedarf auch wieder auszuschalten weil sie die moment nicht brauchen das heißt für diese klasse die wir jetzt implementieren dass wir wahrscheinlich eine öffentliche schnittstelle brauchen also zwei methoden mit denen wir dieses ein und ausschalten von der aktivität davon der funktion dieses providers steuern und deshalb kommt das nicht in den konstruktor diese event listener sondern die kommen in diese entsprechenden methoden ich muss jetzt mal ganz kurz schauen weil ich gerade sorge habe dass meine verbindung zu twitch abbricht kann man irgendjemand von ihnen was in den chat reinschreiben und mir damit hoffentlich einen hinweis geben ob noch was funktioniert bleiben sie mal ganz kurz dran glaube ich gerade ein kleines technisches problem so ich glaube jetzt funktioniert wieder so jetzt bin ich wieder da jetzt sehe ich auch wieder den chat alles ist gut ich hoffe sie haben alles mitbekommen ich glaube schon war glaube ich nur der chat der nicht funktioniert hat und wir machen gleich weiter also was ich machen möchte ist ich möchte dieses zuschalten und wieder deaktivieren von diesen sensor updates über zwei methoden realisieren das heißt ich implementiere in meinem sensor manager eine methode start in der werde ich gleich diese entsprechenden listener alle registrieren und korrespondierend dazu eine methode stopp die genau das gegenteil macht nämlich die dafür sorgt dass diese listener wieder der registriert werden und damit dann entsprechend die updates die dieser provider dann auch erstmal vom sensor manager hält und dann in verarbeiteter form auch weitergibt gestoppt werden und was ich auch jetzt noch mache in vorbereitung ist ich suche mir irgendwo die stelle aus an die diese ganzen sensor updates eingehen sollen sie haben ja gerade gesehen dass man beim registrieren irgendwie ein listener angeben muss und das war jetzt gerade in diesem code den ich benutzt habe so eine inline klasse das ändern wir jetzt auch und wir machen unseren orientation provider selber zu einem entsprechenden sensor event listener so dass wir sensor event listener so dass wir diese veränderung die auf den sensoren registriert werden dann direkt in dieser klasse auch abfangen können wenn wir dieses interface implementieren dann implementieren wir zwei methoden einmal die die für uns erstmal am interessantesten ist und sensor change da bekommen wir dann immer natürlich unter berücksichtigung des intervalls das wir angegeben haben diese neuen meldungen wenn sich ein bestimmter sensor hinsichtlich seines events hinsichtlich seiner daten geändert hat und in diesem event finden wir dann unter anderem die messwerte von dem sensor und wir kriegen mit wenn sich bei dem sensor die genauigkeit möglicherweise geändert hat also wenn sie vielleicht auf irgendwie location provider oder location sensor zugreifen und der kann im moment nicht mehr so genaue daten liefern dann würden sie hier drüber entsprechend informiert werden dass sie da jetzt irgendwas getan hat und das gilt für die anderen sensoren auch und daran dass es hier so ein interface gibt mit generischen funktionen und wir gleich sehen werden dass wir alle event alle sensoren die wir jetzt an dieser stelle brauchen in diesen gleichen listen am münden lassen können sehen sie auch noch mal eine besonderheit die den umgang mit diesen sensoren in android sehr schön und einfach macht das framework abstrahierter ganz ganz viel also behalten sie oder denken sie mal daran dass im ende irgendwo auf dem smartphone zeigen dass noch mal kurz also irgendwo auf meinem smartphone steckt ein sensor den ich als informatiker als informatiker vielleicht gar nicht verstehe ich bin kein physiker ich kann ihnen jetzt nicht erklären wie irgendwie so ein magnetfeld sensor funktioniert kann es mir vielleicht so ungefähr vorstellen aber ganz sicherlich kann ich ihnen nicht das erklären aber irgendwo ist ein gerät drin mit vielleicht irgendwie antennen und irgendwelchen anderen dingen das irgendwas misst was was mit dem magnetfeld sensor zu tun hat und von diesen geräten gibt es vielleicht 50.000 verschiedene so viele nicht aber bestimmt gibt es mehr als eine firma die solche sensoren herstellt und das android betriebssystem abstrahiert davon also egal was für ein magnetfeld sensor in diesem gerät eingebaut ist oder in den unterschiedlichen geräten eingebaut ist die werden immer auf die gleiche art und weise behandelt und die unterschiedlichen sensoren werden sogar auf eine sehr ähnliche art und weise behandelt und das macht diesen umgang mit den sensoren sehr viel leichter warum die die sensoren ihre genauigkeit verlieren können wahrscheinlich physikalische einflüsse also ich kann ihnen jetzt nicht für jeden sensor vorgeben oder sagen was da die die auswirkung sein können aber wenn sie zum beispiel sowas wie den gps sensor haben es ist ja ein empfänger der signale von satelliten bekommt und dann aus der übertragungsdauer berechnet wo sie sich gerade auf der welt befinden und wenn sie mehr satelliten über sich haben auf die sie zugreifen können dann können sie genauer feststellen wo sie sind oder die kalibrierung zum beispiel von sowas wie dem magnetfeld sensor oder dem beschleunigungssensor ist nicht mehr aktuell und dementsprechend sind die werte die sie da bekommen nicht mehr nicht mehr die besten also diese genauigkeit die kann sich durch wahrscheinlich viele einflüsse verändern und die sind wahrscheinlich spezifisch immer auf den jeweiligen sensor den um den es da tatsächlich geht also unterschiedliche einflüsse wirken sich auf die genauigkeit von diesen sensoren aus ok am also sensoren sind toll und werden sehr abstrahiert im android framework behandelt und erlauben uns deshalb sehr sehr einfach darauf zuzugreifen und genau das machen wir jetzt auch mal endlich ich implementiere jetzt in dieser startmethode den zugriff auf die beiden sensoren die für uns relevant sind nämlich einmal den beschleunigungssensor beschleunigungssensor da wissen wir schon wie wir den bekommen wir greifen auf den sensor manager zu holen uns den default sensor für den beschleunigungssensor und wir holen uns noch einen zweiten sensor nämlich den magnetic field sensor und der wird auf die gleiche art und weise referenziert nur dass wir in der entsprechenden methode einen anderen typen angeben und android uns dann entsprechend auch einen anderen sensor gibt jetzt gibt es zwei möglichkeiten oder es gibt drei möglichkeiten entweder ist auf unserem system ein beschleunigungssensor vorhanden aber kein magnetfeld sensor oder es ist auf unserem vier möglichkeiten oder es ist auf unserem system ein magnetfeld sensor vorhanden aber kein beschleunigungssensor oder es sind beide vorhanden oder es ist nichts vorhanden und unsere app wird nur funktionieren wenn wir beide oder die wird nur gut funktionieren wenn wir diese beiden sensoren zur verfügung haben weil wir beide werte brauchen um dann über die rotations matrix am ende die ausrichtung des geräts zu bestimmen das heißt wenn sie mit sensoren arbeiten dann sollten sie an solchen stellen ganz genau hinschauen und sie sollten sich überlegen wie sie entsprechend darauf reagieren dass das bestimmte vorausbedingungen für das was sie eigentlich vorhaben in ihrer app nicht vorliegen genau also try catch block wäre irgendwie sowas das heißt jetzt die weitere behandlung also der das registrieren von den listenern nur dann oder in einem sie in einer sicheren umgebung durchzuführen wenn der sensor nicht vorhanden ist dann sind diese werte null ich mache jetzt mal etwas einfacheren aber vielleicht in der praxis nicht ganz so tollen möglichkeit ich schaue mir an was in diesen beiden sachen drin steht und wenn einer von beiden null ist dann breche ich einfach die methode ab also ist nicht so toll wahrscheinlich wäre es doch schöner wenn wenn wir vielleicht hier eine exception oder sowas ausgeben würden ich kann das mal als kommentar hinschreiben to do throw exception to inform caller of missing sensor irgendwie sowas können wir das jetzt vielleicht ganz kurz mal sparen damit wir noch ein bisschen zu den sensorwerten kommen aber sie sollten sich irgendwie überlegen wie sie damit umgehen wenn irgendwas fehlt was sie brauchen um ihre app-funktionalität zu implementieren bei diesen sensoren ist das nochmal vielleicht eine wichtigere sache weil sich das ja ändern kann warum kann sich das ändern also ob ein gerät einen sensor hat oder nicht das können sie auch auf andere art und weisen sicherstellen im manifest können sie zum beispiel sagen ihre app braucht so einen magnetfeld sensor oder braucht die kamera oder braucht gps und dann können leute diese app gar nicht installieren wenn die sensoren nicht vorhanden sind aber es könnte ja auch theoretisch sein dass so ein sensor ausfällt das vielleicht jetzt gerade nachdem die app installiert worden ist irgendwas auf dem gerät kaputt gegangen ist das heißt diesen check habe ich jetzt wenn meine app startet oder wenn ich diesen vorgang starten möchte nicht nur die rechte sondern auch die vorhandenen geräte sollten sie auf jeden fall immer durchführen wenn wir die beiden sensoren aber haben also wenn beide nicht null sind dann können wir die listener registrieren und wir sagen wir sind der listener unser orientation provider ist der listener wir wollen auf den beschleunigungssensor zugreifen und wir können sagen dass wir glaube ich sensor manager delay normal das reicht uns also wir wollen wollen mit 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 ganz normalem delay auf diese sensor wert zugreifen das reicht für navigations sachen meiner meinung nach aus wahrscheinlich würde sogar noch eine stufe drunter völlig ausreichen aber wenn sie sich mal überlegen so schnell dreht man dieses gerät hier gar nicht gerade wenn man irgendwie einen kompass benutzt macht man das ja vielleicht in der bewegung während man irgendwie rumläuft und so schnell bewegen sich die leute nicht als dass wir da jetzt irgendwie eine aktuelle visualisierungsrate im millisekunden bereich oder noch darüber brauchen würden dann sagen wir auch was irgendwie das maximale ist was wir verarbeiten können haben wir einfach mal das gleiche ein und dann kopieren wir diese zeile und machen das gleiche nochmal für den magnetfeld sensor wenn wir das gemacht haben dann kriegen wir immer wenn sich hier unsere sensor daten ändern entsprechend auch die meldung vom system dass jetzt ein neuer sensor wert vorhanden ist können das mal testen indem wir hier uns die sensor werte vielleicht einfach mal auf dem auf der konsole ausgeben und dazu müssen wir jetzt bedenken dass diese on sensor changed methode jetzt von zwei unterschiedlichen sensoren aufgerufen wird wir haben zwei listener oder wir haben uns als listener für zwei sensoren eingetragen nämlich einmal für den beschleunigungssensor und für den magnetfeld sensor wir haben nur eine callback methode das heißt beide sensoren liefern ihre ergebnisse in diese callback methode und auch wenn es für die ausgabe vielleicht irrelevant ist wollen wir da wahrscheinlich unterscheiden von wem wir jetzt gerade bei diesem call die entsprechenden daten bekommen haben das heißt wenn sie mehrere sensoren über die gleiche über den gleichen listener ansteuern dann sind wahrscheinlich solche konstrukte irgendwo in ihrem code zu finden sie schauen in den event rein sie schauen sich an in diesem event welcher sensor liefert die daten und sie schauen sich den type an und was für eine art von sensor handelt ist sich und wie gerade auch beim registrieren können sie über die sensor klasse und diese konstanten die sie da drin finden dann diese typen unterscheiden und zum beispiel sagen hier handle data da kriegen wir jetzt sensor daten vom von beschleunigungssensor die wir verarbeiten können oder wir schauen wenn die daten nicht vom beschleunigungssensor kommen ob es sich vielleicht um den zweiten sensor handelt den wir registriert haben und das war wenn ich mich richtig erinnere der magnetfeldsensor und dann können wir in diesem blog die daten vom magnetfeldsensor entsprechend handeln also wenn wir unterschiedliche sensoren den gleichen listener rein münden lassen dann brauchen wir wahrscheinlich solche fall unterscheidungen wir können jetzt mal hier vielleicht was ausgeben log die kompass das ist der tag für unsere app ich importiere auch das logging und dann gebe ich auf der konsole aus update und wir können da mal ein paar werte ausgeben die werte die in der sensor liefert die finden sie auch im event und zwar unter values das ist ein float wert in dem einfach die messwerte drinstehen das heißt wenn sie die jetzt interpretieren müssen sie natürlich in die dokumentation schauen was steht da eigentlich drin also was wird da gemessen beschleunigungssensor ist es eben eine entsprechende geschwindigkeit die da übergeben wird aber mit dem netfeldsensor sind es vielleicht noch mal andere werte bei anderen sensoren licht sensor oder sowas sind es dann irgendwelche lux angaben oder so und um dann diese sensor werte wirklich verwenden zu können müssen sie natürlich wissen was hinter diesen werten steckt aber wir können jetzt einfach mal den ersten wert von diesem array ausgeben ich glaube das müsste die x-achse sein also die beschleunigung um die x-achse des geräts klammer auf sie sehen heute ist irgendwie ganz viel inhalt den ich versuche zu vermitteln um den code herum also keine klassische coding session wie sonst entschuldigen sie das aber ich glaube das ist wichtig irgendwie auch jetzt bei diesem thema rand sachen zu erwähnen weil sie das ja auch anwenden müssen in den übungen und so und was ich sagen wollte ist es gibt in der dokumentation haben wir auch verlinkt im ilias kurs eine sehr schöne beschreibung wie dieses koordinatensystem mit dem android arbeitet um diese ganzen sensor daten zu kommunizieren und zu verarbeiten aufgebaut ist also wie diese achsen aufgebaut sind um die ein gerät zum beispiel bewegt werden kann wir gehen jetzt einfach mal da den ersten wert aus und wir machen das gleiche auch für den beschleunigungs für den magnetfeld sensor magnetic field sensor und dann können wir das ganze noch nicht auf unserem gerät ausführen weil wir müssen jetzt natürlich dafür sorgen dass das ganze auch irgendwo gestartet wird also wir haben jetzt diese start methode noch nirgendwo aufgerufen das heißt wir müssen in der activity entsprechend diesen orientation provider erstellen und dann auch dessen start methode aufrufen um die listener zu registrieren die dann am ende hier in der sensor change methode dazu führen dass die daten auf dem log also auf der konsole ausgegeben werden sollen bevor wir das machen lassen sie uns noch ganz schnell die stopp methode registrieren die ist nämlich super einfach wir registrieren hier die listener wir sagen wir sind ein listener für einen bestimmten sensor wollen in einem bestimmten intervall die updates haben und das gegenstück dazu ist noch einfacher wir sagen dem sensor manager nimm bitte die registrierung von dem listener zurück und zwar von uns und dann werden automatisch alle alle sensoren oder alle listener macht es sind erstmal die listener vorwand start macht beziehungsweise das gleich den start am anfang meinen sie ob man dieses an register also dieses entfernen von den listenern auch hier ausführen sollte ich muss gestehen dass ich die dokumentation nicht hundertprozentig im kopf habe das hätte ich vielleicht nochmal nachlesen müssen wie das so insgesamt mit listenern im android ist aber ich ich bilde mir ein dass sie in android zumindestens auf diesen sensoren ein listen nicht zweimal registrieren können für den gleichen sensor also ich mag mich täuschen ich glaube es ist aber so und dann bräuchten sie das nicht also dann wer würden sie jetzt nicht irgendwie doppelt sensoren oder listener registrieren also das wäre dann tatsächlich nicht der fall aber es ist eine interessante sache über die man nochmal nachdenken müsste ich glaube es ist nicht notwendig also ich kann mich auch täuschen aber ich glaube fast dass es nicht notwendig ist also in dem fall würde ich nicht erst stopp aufrufen und dann starten sondern einfach start wenn ich die sachen starten möchte und stopp wenn ich die sachen stoppen möchte wäre jetzt mein ansatz funktioniert aber nur wenn das stimmt dass man die die sachen nicht irgendwie doppelt registrieren kann okay aber gehen wir mal davon aus dass das jetzt funktioniert also wir können diese sensor updates einschalten und wir können sie ausschalten und in meiner main activity muss ich jetzt irgendwie versuchen diesen provider zu initialisieren und das ist nicht so schwierig ich muss diesen sensor manager mir holen und dann diese startfunktion aufrufen aber machen wir das vielleicht einfach mal ich lege mir in meiner activity eine instanz variabel an indem ich diesen orientation provider abspeichern kann das ist mein orientation provider dann lege ich vielleicht eine extra methode an private void init sensors das ist alles wirklich nur die composition damit es irgendwie ein bisschen aufgeteilt ist nachdem ich mein user interface initialisiert habe initialisiere ich auch meine sensoren in der methode hole ich mir den sensor manager sie erinnern sich mein orientation provider braucht einen sensor manager den können wir weil wir den weil wir eine methode von der activity brauchen nur auf dieser ebene uns holen und statt die activity nach unten weiter zu geben damit der sensor manager sich über die activity diesen sensor manager den der orientation provider sich über die activity den sensor manager holen kann erstellen wir alles was der orientation provider braucht auf dieser ebene und übergeben dem das im konstruktor das heißt hier erstellen wir uns den sensor manager erstellen ist das falsche wort weil den gibt es nur einmal und wir greifen auf den existierenden sensor manager zu das ist so einen service ein system service den wir uns holen sie erinnern sich das haben wir bei den datenbanken auch schon mal gemacht wir greifen auf einen der dienste zu die auf dem android betriebssystem vorhanden sind über diese get system service methode und können über den kontext und entsprechende konstante angeben was wir eigentlich haben wollen also jetzt in diesem fall sagen wir wir hätten gerne den sensor service von den system services und würden den gerne in dieser variabel speichern da ist nochmal ein cast notwendig weil hier einfach ein generischer service zurückgegeben wird und wir hier den konkreten sensor manager haben wollen danach haben wir aber diesen sensor manager zur verfügung und wir können in unserem orientation provider einen neuen orientation provider erstellen jetzt sind wir wieder auf der ebene des codes den wir selber geschrieben haben und geben dem diesen sensor manager dann ist der sensor manager initialisiert und jetzt könnte ich hier die startmethode aufrufen ich habe diese start und diese stopp methode geschrieben im orientation provider damit ich dafür sorgen kann dass diese daten dass dieser zugriff auf die auf die die orientation data oder auf dann darunter beschleunigungssensor und magnetfeldsensor immer nur dann passieren wenn ich tatsächlich den wenn ich das die app aktiv habe und ich habe das mit dem hintergedanken gemacht dass ich diese start und stopp vom orientation provider an den life cycle meiner activity knüpfe erinnern sie sich noch was mit life cycle gemeint ist wenn sie mal ja nein rein wenn sie sich noch ganz grob irgendwie zurück erinnern eine activity hat so einen life cycle erinnern sie sich noch dass wir oder erinnern sie sich noch wie wir diese phasen vom life cycle abgreifen können oder wie wir auf wechsel zwischen zwei phasen reagieren können und wie genau machen wir das also wie kann ich feststellen dass zum beispiel eine activity gerade beendet worden ist oder wie kann oder wie kann ich darauf reagieren dass eine activity gerade beendet wird wie kann ich darauf reagieren dass die activity in der ich mich gerade befinde gerade neu gestartet wird dass die gerade wieder vielleicht in den fokus kommt dass sie geschlossen wird wie mache ich das in auf der ebene von meiner eigenen activity erinnern sie sich über methoden die man überschreiben kann und es gibt zum beispiel eine methode on resume die wird immer aufgerufen wenn die app wieder in den vordergrund kommt genau on start on stop on destroy sind so weitere on resume ist eine methode die wird immer aufgerufen wenn die app aktiv wird wenn die activity aktiv wird das heißt nach on create wird irgendwann on resume aufgerufen und es gibt eine zweite methode on pause die wird immer aufgerufen wenn die activity dann ja geschlossen wird nicht geschlossen wird sondern wenn sie den fokus verliert und das heißt über diese beiden methoden kann ich zum beispiel abfangen meine activity wird sichtbar und meine activity ist nicht mehr sichtbar und das sind gute punkte um diesen orientation provider zu starten oder ihn zu stoppen mal wenn die activity aktiv wird dann brauche ich den und wenn die pausiert wird also nicht mehr sichtbar ist dann brauche ich nicht mehr und in dieser zeit in der die activity nicht sichtbar ist muss ich mich auch nicht über irgendwelche über irgendwelche sensordaten oder sowas gedanken machen mal abgesehen davon dass das dann wahrscheinlich sowieso nicht eingeht aber es ist glaube ich eine gute idee diesen orientation provider dann in abhängigkeit vom zustand der activity die ihn nutzt entsprechend zu schalten ein und auszuschalten damit können wir es jetzt endlich mal ausprobieren jetzt schauen wir wieder in meine app rein ich deinstalliert kurz die fassung die installiert ist tools adp an install app aber funktioniert das nicht ok und destroy ist nicht von interesse wird er da sowieso an ich glaube nicht dass er automatisch an deregistriert wird er funktioniert dann halt nicht mehr on pause ist halt die methode die auch dann aufgerufen wird wenn der life cycle nicht bis zum ende durchläuft also nur wenn die activity dann in den hintergrund versetzt wird dann muss sie ja nicht unbedingt schon destroyed werden ich habe gerade ein kleines problem mit meinem smartphone weil android studio das nicht erkennt irgendwie ist heute die technik nicht so toll so jetzt ok jetzt funktioniert mein smartphone auch und jetzt kann ich das die kann ich die app hoffentlich auf dem smartphone starten oder auch nicht mal mit wir kämpfen gerade mit ein paar kleinen technischen problemen aber es könnte sein dass es jetzt funktioniert Bleiben Sie kurz dran. So. Ich sitze ganz vorsichtig mein Smartphone. Ich habe gerade einen Wackelkontakt in meinem Gerät. Aber ich schaue mal, ob ich das hinkriege. Ja, ich probiere das gerade die ganze Zeit aus, das Ein- und Aus zu stecken. Das ist, glaube ich, das Problem vor allem, weil mein Kabel kaputt ist. Aber Sie sehen jetzt, die App läuft. Also vertrauen Sie mir, dass die App läuft. Ich kann die jetzt nicht bewegen, aber es wird sicher auch noch nichts bewegen, weil wir das noch nicht implementiert haben. Aber App läuft und wenn wir auf den Bildschirm schauen, dann sehen Sie, dass jetzt da unten im Lockhead ganz, ganz viele Dinge ausgegeben werden. Das sind diese ganzen Sensor-Updates, die wir schon bekommen. Das heißt, wir haben jetzt Zugriff auf diese Sensoren und wir können jetzt diese Daten verarbeiten. Wir können jetzt anfangen, diese ganzen Sensor-Werte, die wir hier offensichtlich schon bekommen und die wir in der Konsole ausgeben, dazu zu verwenden, um die eigentliche Aufgabe zu erledigen, nämlich die Orientierung von dem Gerät zu bestimmen. Und lassen Sie uns das wenigstens noch tun. Ich lassen wir das da mal laufen, in der Hoffnung, dass dann die Verbindung wieder bleibt. Lassen Sie uns das noch mal implementieren. Ich sage Ihnen jetzt kurz, was wir tun müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass wenn wir die Werte von dem Beschleunigungssensor bekommen, wir uns die zwischenspeichern und wir müssen uns die Werte von dem Magnetfeldsensor zwischenspeichern. Warum müssen wir das zwischenspeichern? Weil wir beide Werte, also wir brauchen Sensorwerte von sowohl dem Beschleunigungssensor als auch dem Magnetfeldsensor, um die Orientierung zu bestimmen. Diese OnSensorChanged-Methode wird aber immer von einem dieser beiden Sensoren aufgerufen. Das heißt, wenn Sensorwerte eingehen, dann ist entweder dieser Fall hier oder dieser Fall hier relevant. Wir brauchen aber danach, um immer wenn sich einer der Sensoren aktualisiert hat, die entsprechende neue Orientierung zu bestimmen, auch die Werte von dem anderen Sensor. Das heißt, wir können hier nicht in dieser Methode alleine arbeiten und müssen uns immer, wenn wir neue Werte bekommen von einem bestimmten Sensor, die erstmal in irgendeiner Form auf der Ebene der Instanz abspeichern, sodass wir dann, wenn wir einen dieser beiden Wertebereiche geändert haben, auf die letzten Messwerte von auch dem anderen Sensor zugreifen können, um die eigentliche Berechnung durchzuführen. Das sind Float-Werte, die da reinkommen und die können Sie ganz leicht abspeichern in zum Beispiel einem Float-Array. Ich erstelle mal ein neues Array vom Typen Float und da speichere ich zum Beispiel die Werte rein, die ich zuletzt von dem Beschleunigungssensor ausgelesen habe. Also in diesem Float-Array sollen immer die zuletzt vom Beschleunigungssensor gelieferten Werte drinstehen, sodass ich immer, wenn ich es brauche, darauf zugreifen kann. Jetzt könnte ich Folgendes machen. Ich könnte in meinem OnSensorChanged-Callback sagen, okay, wenn ich vom Beschleunigungssensor Werte bekomme, dann nimm dir doch dieses Array und sorg dafür, dass da jetzt die Sachen drinstehen, die in dem Sensor-Event auch mitgeliefert werden. Also ganz naive Vorstellung. Hier ist ein Array. Das habe ich auf Instanzebene als Variabel angelegt. Da speichere ich immer die aktuellen Werte rein. Genau das Gleiche mache ich, ich mache hier diese Konsolenausgaben raus, mache ich bei dem Magnetfeld-Sensor. Das heißt, ich erstelle mir auch hier ein neues Array, Float, mit jetzt aber den Readings von dem Magnetometer. Ich glaube, das heißt so, diese Art von Sensor. Und dieses Array überschreibe ich immer, wenn ich von dem anderen Sensor die Werte bekomme. Also wäre irgendwie eine Vorstellung, die so funktionieren könnte. Und dann habe ich in beiden Arrays Werte, mit denen ich dann in die eigentliche Berechnung einsteigen kann. Könnte sein, dass das so funktioniert. Problem ist, da muss ich jetzt hier wieder darauf achten, was ist, wenn ich von einem Sensor schon Werte habe, von dem anderen aber noch nicht. kann ich dann diese Berechnung durchführen. Genau. Es ist auch ein bisschen problematisch, dass das dann auf das entsprechende Array verweist. Die Werte sind natürlich primitiv, aber trotzdem ist das keine so tolle Idee. Und schöner wäre es, wenn wir erstens dafür sorgen, dass immer was in diesen Arrays drinsteht, also dass die mit irgendwelchen Standardwerten versehen sind und dass wir tatsächlich die Werte aus dem Sensor immer reinkopieren in die entsprechenden Arrays und nicht einfach nur den Verweis, was auch immer in Java ein Verweis ist, auf dieses Array in der Variabel speichern. Das heißt, was wir wollen ist, die Arrays, in denen wir diese Readings speichern, initialisieren mit Standardwerten und wir wollen diese Standardwerte oder diese Werte in den Arrays immer überschreiben mit den Werten vom Sensor und wir wollen nicht die entsprechenden Arrays überschreiben. Also wir nehmen die Werte, die vom Sensor kommen und kopieren die in die vorbereiteten Arrays. Und dazu müssen wir jetzt den Code ein bisschen anpassen. Wir initialisieren zuallererst diese Arrays schon mal und ich weiß, dass das funktioniert, wenn ich hier Arrays von der Länge 3 übergebe. Das funktioniert deshalb, weil wir bestimmen können, oder erstmal weiß ich, dass die beiden Sensoren genau drei Werte liefern und ich weiß, dass ich auch, wenn ich jetzt gleich mit dem Kopieren der Werte in dieses Ziel-Array anfange, sicher sein kann, dass ich da nicht über diese Länge hinausgehe oder irgendwie zu wenig Werte reinschreibe. Also das kann man mit dem Mechanismus, den wir gleich wählen, relativ sicher einstellen, dass wir genau diese drei Werte, die vom Sensor kommen, auch in dieses Array reinschreiben. Und wenn ich schon dabei bin und dieses Array initialisiere und nicht immer ein neues Array erstelle, sondern nur die Werte in diesem Array überschreibe, mit denen, die vom Sensor gerade kommen, dann kann ich diese Sachen auch als Final deklarieren. Also dieses Final, das haben Sie mittlerweile gemerkt, das wird Ihnen ja auch ständig von Android Studio entsprechend empfohlen. Wenn es irgendwie möglich ist, eine Variable als Final zu deklarieren, dann sollten Sie das auch entsprechend machen, weil dann eben die Möglichkeit, dass da sich der State ändert oder der Zustand ändert, geringer werden. Und das ist ja was, was man eigentlich häufig immer erreichen möchte, dass man möglichst den Überblick über den Zustand seiner App oder seines Programms behält und nicht Gefahr läuft, dass entsprechend dadurch irgendwelche anderen Stellen sich Werte unkontrolliert verändern. Okay, jetzt funktioniert das hier nicht mehr. Jetzt muss ich die Werte aus diesem Array in dieses Array kopieren. Ich könnte jetzt mit einer Schleife irgendwie drüber gehen. Ich könnte wahrscheinlich auch so was machen. Excelometer Reading von 0 ist gleich Event Punkt Values von 0. Es wird ja funktionieren, weil es Float, also primitive Werte sind. Aber wenn Sie jetzt mit Sensoren arbeiten, wo das mehr als 3 sind, ist das vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Und dazu nehmen wir Funktionen, die uns Java beziehungsweise Android für genau diese Anwendungsfälle angeben. Wenn Sie in die System-Klasse reinschauen, diese große Java-Utility-Klasse, wo Sie dann zum Beispiel auch das Printlining finden, gibt es eine Methode, die heißt ArrayCopy. Und mit der können Sie Werte aus einem Array in ein anderes kopieren. Es sind relativ viele Parameter, aber wenn man das sich einmal gemerkt hat, dann ist das für ganz, ganz viele Anwendungsfälle, wo man eben solche Kopien von Arrays erstellen möchte, also die Werte wirklich kopieren möchte, eine super einfache Lösung. Was machen Sie da? Sie sagen, aus welchem Array wollen Sie was kopieren. Das sind für uns die Values aus dem Sensor-Event. Sie sagen, wo Sie anfangen wollen, an der ersten Stelle. Sie sagen, wo soll das Ganze abgespeichert werden, in dem Array für die Beschleunigungswerte, dass wir auf Instanzebene angelegt werden. An welcher Stelle von dem Ziel-Array wollen Sie anfangen, die Werte reinzukopieren, ganz am Anfang. Und wie viele Werte wollen Sie kopieren, so viele wie in das Ziel-Array reinpassen. Und damit haben Sie dann die Werte aus dem Sensor-Event kopiert in dieses Array, was wir dafür vorbereitet haben. Und auch hier wieder Copy & Paste. Genau das Gleiche, nur dass wir nicht mehr in das Beschleunigungs-Array speichern, sondern in das für die Magnet-Feldwerte. Und dann können wir sicher sein, dass wir hier, wenn wir, egal von wem wir hier Werte bekommen haben, wir haben nach diesen beiden, nach diesen beiden If-Blöcken, auf jeden Fall in beiden dieser Arrays irgendwelche Werte. Entweder die initialen Werte, also Nullen, wenn wir noch keine Werte ausgelesen haben, oder die zuletzt gespeicherten Werte, die uns der entsprechende Sensor geliefert hat. Und jetzt können wir anfangen, uns mit diesen beiden Arrays, also mit einmal den Messwerten vom Beschleunigungssensor und vom Magnetfeldsensor, die aktuelle Orientierung des Geräts auszurechnen. Und das ist was, was auf dem Papier sehr kompliziert klingt. Wir müssen nämlich jetzt eine Rotationsmatrix bestimmen. Also wir müssen zuerst bestimmen, wie das Gerät gerade aktuell physikalisch sich positioniert hat. Also wie der Nutzer das Gerät über die entsprechenden drei Achsen gedreht hat. Und mit dem, das ist was, was wir aus diesen beiden Messreihen von dem Beschleunigungssensor und dem Magnetfeldsensor bestimmen können, berechnen wir dann die Orientierung, indem wir die Rotationsmatrix, die wir da bestimmt haben, umrechnen oder in Bezug setzen zu der realen Welt und damit eine Orientierung hinsichtlich zum Beispiel der Himmelsrichtung am Ende zurückbekommen. Also zuerst, wo, in welcher physikalischen Orientierung befindet sich das Gerät gerade und dann, was heißt, diese Ausrichtung des Geräts, die wir da bestimmt haben, für einen realweltlichen Bezugpunkt, nämlich zum Beispiel die Himmelsrichtung. Also furchtbar kompliziert. Ich könnte das wahrscheinlich, wenn ich diese Messwerte hätte, auch nicht machen, aber ich weiß, wie das mit der API funktioniert und dann wird das Ganze wieder sehr viel leichter. Ich brauche wieder ein paar Arrays, weil die Methoden, die wir jetzt verwenden und die uns diese Zwischenergebnisse, zum Beispiel diese Rotationsmatrix oder die Orientierung hinsichtlich XY- und Z-Achse, aus der wir dann die Werte auslesen wollen, zurückgibt. Diese API-Methoden, die funktionieren so, dass wir nicht ein Ergebnis zurückbekommen, also die Methoden returnen nichts, sondern wir sagen den Methoden, wo sie das Ergebnis hinspeichern sollen. Wir bereiten ein Array vor, was leer ist und dann sagen wir der Methode, berechne bitte die Rotationsmatrix für dieses Gerät, verwende die beiden Messreihen, die Readings vom Beschneunigungssensor und vom Magnetfeld und gibt mir das Ergebnis, also diese Rotationswinkel, in einem anderen Array zurück. Warum? Weil die Methoden, die wir einsetzen, mehr als ein Ergebnis zurückliefern können, weil es performanter ist, wenn wir das auf diese Art und Weise machen, weil wir dann diese Arrays wiederverwenden können, in der die ganzen Sachen reinkommen und weil das Framework uns das so vorgibt, was am Ende die wichtigste Entscheidung ist, weil wir keine andere Möglichkeit haben. Heißt, ich bereite mir jetzt hier zwei Arrays vor. Ich weiß, dass die Rotationsmatrix, die brauche ich am Anfang, ein Float Array ist, wenn ich das möchte, das aus neun Werten besteht. Es gibt zwei unterschiedliche Formen von solchen Rotationsmatrixen, um die Orientierung des Geräts zu bestimmen. Einmal mit neun Werten und einmal mit mehr Werten. Ich weiß gar nicht, wie viele es sonst sind. Ich muss kurz überlegen. Neun, zwölf, fünfzehn, ich weiß es nicht genau. Also mehr Werte auf jeden Fall. Und was wir zurückbekommen, wird durch das Zielarray, was wir anlegen, bestimmt. Und wenn wir jetzt gleich die API-Methode aufrufen und der dieses Array übergeben und diese beiden Messreihen, dann bekommen wir die Rotationsmatrix des Geräts in Form von eben so neun Werten. Das ist eine Matrix aus drei Vektoren, glaube ich, mit jeweils drei Werten zurück. Was wir auch brauchen, ist ein zweites Array, in das wir, wenn wir die Rotationsmatrix haben, die eigentlichen Winkel des Geräts bestimmen, also die Ausrichtung innerhalb der realen Welt bestimmen. Das sind dann die Orientation Angles und das ist ein Float Array mit drei Werten. Da kriegen wir dann die Ausrichtung des Geräts auf so einer gedachten nicht XYZ-Achse, aber zum Beispiel hinsichtlich der Abweichung vom Norden des Pitches hinsichtlich der gedachten planen Fläche, also Meter null auf der Erde und wahrscheinlich noch die Abweichung gegenüber der Erdachse. Weiß ich gar nicht, was der dritte Wert ist. Eigentlich interessiert uns auch nur der erste. Aber diese Werte kommen da rein und uns interessiert vor allem der erste Wert, nämlich die Abweichung des Gerätes, der Ausrichtung des Gerätes. Das ist immer die obere Kante ist quasi vorne von dem Gerät, vom Norden im Magnetfeld der Erde. Wie berechne ich das jetzt? Ich greife auf den Sensor Manager zu und dann hole ich mir zuerst diese Rotationsmatrix. Ich sage, wo ich das Ganze abspeichern möchte. Dann kann ich noch sagen, dass ich die Gute Frage. Ich kann mir einen zweiten Wert zurückgeben. Ich schaue mal ganz kurz in die Dokumentation rein. Was ist die zweite? Es ist eine zweite Form von Rotationswerten. Brauchen wir aber gar nicht. Viel zu viel Zeit durch Erklärung eingegangen. Wir brauchen nur diese Werte, also wir brauchen nur ein Ziel, nämlich das hier. Und wir lassen uns das berechnen aus den Beschleunigungswerten, die wir zuletzt gemessen haben und den Werten vom Magnetfeld. Und wenn wir das haben, dann steckt hier drin die aktuelle Ausrichtung des Geräts. Wenn wir die Ausrichtung haben, also die Rotation, ist vielleicht ein besserer Begriff, dann können wir uns die Orientierung des Geräts ausrechnen, wieder auf die gleiche Art und Weise. Wir rufen eine API-Methode auf. Wir sagen jetzt zuerst, mit welchen Werten gerechnet werden soll, nämlich mit denen, die wir in diese Rotationsmatrix haben, schreiben lassen. Und dann sagen wir, wo das Ganze am Ende abgespeichert werden soll. Und das ist dieses zweite Array, in dem jetzt die tatsächlichen Informationen über die Position oder Lage des Geräts innerhalb der Welt vorhanden sind. Und der Wert, der uns aus diesem Array interessiert, ist der Azimut. Ich weiß gar nicht, wie man das genau auf Deutsch ausspricht. Also es ist kein englisches Wort im Original, sondern ich glaube ein arabisches Wort. Und das bezeichnet die Abweichung der Blickrichtung eines Betrachters von einem bestimmten Fixpunkt. Also ich schaue in die Sonne und ich schaue dann aber irgendwie ein bisschen weiter nach rechts, dann ist dieser Winkel, den ich von diesem Fixpunkt Sonne habe, mein Azimut. Und in diesem ganzen Kontext hinsichtlich Position und Magnetfeld ist das die Abweichung vom Betrachter hinsichtlich des Nordpols. Oder in unserem Fall haben wir keinen Betrachter, sondern das Gerät, die Oberkante des Geräts. Das hier oben wird gemessen hinsichtlich der Abweichung von Norden. Also ich drehe es mal um. Hier ist bei mir auch Norden, dann wäre der Azimut wahrscheinlich null. Hier wäre wahrscheinlich irgendwie 90 oder so, 180, 270 und dann wieder null. Wobei das Ganze nicht in einem Grad angegeben wird, sondern in einem Bogenmaß, also dieses Pi, halbe und so weiter, was Sie aus dem Geometrieunterricht in der Schule kennen. Also diese Kante ist der Orientierungspunkt, Norden ist der Fixpunkt und die Abweichung zwischen diesen beiden finden wir als ersten Wert in diesem Array. Das heißt, wenn ich darauf zugreife, dann habe ich den. Der hilft mir nicht so viel, wenn ich damit irgendwelche Dinge bewegen möchte, weil ich möchte ja anhand von diesem Wert jetzt meine Kompassnadel neu orientieren und um dieses Drawable und sind wir wieder auf der Ebene vom User Interface zu bewegen, brauche ich irgendwie eine Gradangabe und Sie erinnern sich vielleicht, dass es diese beiden unterschiedlichen Maßeinheiten gibt, um Winkel zu bestimmen in der Geometrie, einmal diese klassischen Gradangaben und dann das Bogenmaß. Das hier ist ein Wert im Bogenmaß und wenn wir die Gradangabe haben möchten, also zum Beispiel sowas wie Asimut in Degrees, dann können wir uns das ganz einfach machen, indem wir die entsprechende Methode aus dem Maß-Paket von Java aufrufen, den Wert übergeben und das Ganze dann, falls wir das als Float haben wollen oder wir können es auch als Double zurückgeben, wahrscheinlich ist Float genug, für unsere Anwendungsfälle entsprechend casten. Wenn wir das alles gemacht haben, dann haben wir hier am Ende die Ausrichtung unseres Gerätes hinsichtlich des Nordpunktes, hinsichtlich des Nordens, also des geografischen oder magnetischen Nordens ausgerechnet. und damit könnten wir jetzt den Kompass in unserer Anwendung drehen. Lassen Sie uns das vielleicht mal kurz halbwegs schnell machen, aber wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, um aus diesem Provider jetzt diese Änderung am Asimut zu unbedingt nachschauen, wie man das ausspricht, an dieser Nordorientierung zu kommunizieren und das Ganze soll in der Activity ankommen, soll asynchron funktionieren, weil wir ja nicht genau wissen, wann diese Sensoren mal neue Daten liefern und das alles spricht wahrscheinlich für irgendwie so ein halbwegs einfaches Listener Interface Public Interface Orientation Provider Listener Jetzt machen wir es uns ganz einfach, um den Teil abzuschließen. Wir machen eine Methode oder wir geben eine Methode in diesem Interface vor. Wir sagen nämlich, wenn sich diese Größe ändert, dann übergeben wir die an den angeschlossenen Listener und einen solchen Listener den lassen wir uns immer mitgeben, wenn wir so einen Orientation Provider erstellen, speichern uns den in einer entsprechenden Variable auf Instanzebene, müssen den dann natürlich auch im Konstruktor entsprechend in dieser Variable ablegen und immer wenn wir einen neuen Wert berechnet haben, informieren wir den Listener über genau diesen neuen Wert. Unser Activity werden wir jetzt zu einem solchen Listener. Wir lauschen auf die Orientation Provider Listener auf diese Updates vom Orientation Provider, indem wir die entsprechende Methode implementieren und wir sorgen dafür, wenn dieser Provider erstellt wird, hier an dieser Stelle, dass dann auch wir oder unsere Activity an dieser Stelle als Listener übergeben wird. Also damit bauen wir diese Verbindung zwischen den beiden auf. Und in dieser Methode können wir jetzt diesen Wert benutzen, um unser Image View entsprechend zu orientieren. Wir wollen ja anhand von der Nord Ausrichtung auch diese Kompass Nadel bewegen und auch um das jetzt nochmal ganz kurz abzuschließen erstelle ich mir eine neue Variable für das Image View also für diesen Kompass an sich Kompass View hole mir das in der Init UI Methode dann auch aus dem Layout heraus also Find View by ID r.id das ist Main Kompass View wenn ich mich richtig erinnere das ist diese Grafik mit dem Kompass an sich dieser kleine Zeiger nach Regensburg der ist noch meine eigene Grafik darüber und dann kann ich in dieser entsprechenden Callback Methode auf mein Image View zugreifen und ganz einfach über die Set Rotation Methode und die Übergabe von diesem neuen Wert die dieses Image View rotieren um seine eigene Achse um eine bestimmte Gradanzahl und damit sollte dann das Ganze jetzt wahrscheinlich wenn ich mich richtig überlege es wird noch nicht genau richtig angezeigt ich zeige Ihnen gleich warum aber sollte sich zumindest wenn sich die Messwerte von Beschleunigungssensor und Magnetfeldsensor verändern weil ich mein Handy drehe und bewege auch was im User Interface tun wir können jetzt mal ausprobieren zum Abschluss ob das halbwegs funktioniert indem ich nochmal versuche die App zu installieren hoffentlich schauen wir mal ob das funktioniert ok es funktioniert tatsächlich ich zeige es Ihnen auch einmal Sie sehen jetzt hier wenn ich mein Smartphone bewege dann ändert sich auch die Orientierung von dem Kompass was wir jetzt hier nicht beachtet haben ist dass die Drehung von dem Bild das ist irgendwie 0 bis 360 Grad oder so noch nicht hundertprozentig kompatibel ist mit diesem Wert den ich davon bekommen habe da müssen wir noch die Drehrichtung umdrehen das heißt wir müssen in unserem Code noch hier eine Negation durchführen und danach sollte dann der Kompass sich tatsächlich auch korrekt anhand von diesen Messwerten neu orientieren schauen wir mal ganz kurz ob das was gebracht hat die Bewegung ein bisschen besser funktioniert oder richtiger ist und ich glaube fast dass das jetzt funktioniert hat genau es ist immer noch nicht so ganz perfekt aber sie sehen die Kompass Nadel zeigt immer in die gleiche Richtung und das ist auch ungefähr der Norden als ich glaube ich gerade das Gerät so ein bisschen verwirrt aber es funktioniert so ungefähr was noch nicht funktioniert ist die Navigations Angabe nämlich jetzt auf den Location Provider zuzugreifen und entsprechend auch noch dieses kleine Pfeilchen nach Regensburg anzuzeigen das müssen wir glaube ich in der nächsten Sitzung machen mal schauen ob wir da wieder irgendwie zwischendurch für Zeit haben ich danke Ihnen jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit schön dass ein paar von Ihnen so lange drange geblieben worden sind sorry dass es so viele technische Probleme gab und das Orientation Provider zeige ich gerne nochmal dass es so viel nebenbei erklärt worden ist und so wenig Coding gegeben hat vielleicht war es ja halbwegs interessant vielleicht auch nicht da machen wir es das nächste Mal wieder ein bisschen praktischer aber auf jeden Fall glaube ich dass Sie jetzt einen guten Einstieg auch gefunden haben für die Übungsaufgabe ein kleiner Hinweis noch Sie haben jetzt gesehen dass in der Lösung die wir jetzt implementiert haben vielleicht auch wenn Sie selber mitgemacht haben dann sehen Sie das auf Ihrem eigenen Smartphone dass da die Bewegung noch relativ ruckelig ist und das können Sie umgehen indem Sie auf diesem Layout in dem dieses in dem diese Image Views sind also diesem Frame Layout eine Layout Transition hinzufügen und damit dafür sorgen dass Android immer wenn sich irgendwas an den Werten von einem der Views ändert in unserem Fall die Orientierung dass nicht einfach direkt gesetzt wird sondern dass dieser Wechsel zwischen den Werten leicht animiert wird da müssen Sie sich gar nicht um die Animation kümmern aber wenn Sie so eine Layout Transition setzen auf auf die entsprechenden auf diese entsprechende Frame also ich zeige nochmal ganz kurz hier das Layout wenn Sie dieses Frame Layout in Ihrer Activity referenzieren und dann dem eine sogenannte Layout Transition mit dem Wert Changing übergeben dann sorgt Android dafür dass wenn sich hier drin irgendwelche Werte ändern zum Beispiel die Orientierung von einem der Views das Ganze animiert wird und dementsprechend ein bisschen flüssiger ausschaut und nicht so zukelig und hakelig das nochmal ein Hinweis wenn man mit diesen Mechanismen das User Interface entsprechend anpassen möchte und es geht nicht nur bei Rotierung sondern auch bei anderen Sachen da noch ein bisschen mehr Flüssigkeit reinbringen kann das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein vielen vielen Dank für die Aufmerksamkeit wir sehen uns wenn sie möchten nächste Woche wieder und vielleicht schaffen wir es ja auch zweiten Teil zu dieser Sitzung zu machen irgendwann zwischendurch und uns dann nochmal mit dem Location Provider zu beschäftigen bis dahin schöne Zeit schönes Wochenende und auf Wiedersehen